Dann haben wir hier, wo wieder was für ein Adi, was stinkendes, ne? Aumüller, Baldrian, Katzenspielkissen, Alpaka, Angie, Baldrian-Effekt, animierend, aktivierend, anregend, Dingelspelz aus ökologischer Erzeugung, deutsche Herkunft, beste Baldrian-Wurzel in Apotheken-Qualität. Wollen wir das mal auspacken? Mal gucken, wie es riecht. Jetzt habe ich schon mal so einen Fisch bekommen per Post. Der riecht auch ein bisschen murrig. Den Rest lassen wir da drin. Und dann zeigen wir euch mal kurz hier das Bild, wie die Katze sich da auf das Alpaka stürzt und sich das Alpaka krallt und da rumreibt mit dem Alpaka zusammen. Das hat, das ist, merkt man schon, hier innen drin, Baldrian. Ja, Baldrian, ja? Baldrian. Boah. Obwohl, der Fisch, der Rauch, er braucht viel strenger. Das geht ja eigentlich. Das geht doch noch. Adi, guck, wie das geht. Jetzt möchte ich euch aber mal kurz zeigen, wenn ich an Adi versuche, das Alpaka zu geben. Guck mal, Adi. Ein Alpaka. Na? Wirst du schon verrückt? Schnell, sag was. Verrückt werden. Oh, da greift er zu. Da greift er ran an das Alpaka. Guckt euch das an. Zack, Alpaka tot. Das war's. Das waren die letzten Sekunden vom Alpaka, wie es überlebt hat. Oh, Adi brüstet sich, Adi stellt sich auf. Oh, Alpaka. Und ein Tor. Adi hat das Tor geschossen. Wunderbar. Ich glaube, da müssen wir noch mal extra schauen, was damit abgeht. Adi hat übelst die Zuckung, aber ich glaube, das gefällt ihm sehr gut. Es kommt auf jeden Fall wunderbar an, wie er da auch rumhüpft. Oh mein Gott. Adi, wir nehmen es dir mal kurz weg. Tu uns mal dahinter. Du kannst jetzt da hinten in Ruhe deinen Alpaka bespaßen. Bis zum nächsten Mal.